Und damit seid begrüßt mit den zwei Gegner Moritz und Endodom zu einem neuen Netztest. Wir spielen Justin Wack and the Big Time Hack, die Demo-Version. Ein kleines Point-and-Click-Adventure, wenn ich das richtig gesehen habe. Da freut mich mal wieder ein Point-and-Click-Adventure zu spielen. Ich bin gespannt, ich starte direkt rein, neues Spiel. Schauen wir mal, was uns Justin Wack und sein Spiel, und sein Time Hack zu bieten hat. Ja, drei Charaktere haben wir ja. Mal schauen, wie die jetzt noch vorkommen werden. Rein ins Spiel, rein ins Spiel Spaß. Auf geht's, ab geht's. Weiter gemacht. Okay. Sobald ich das Interrogation-Device habe, haben wir ein kleines Chat, du und ich. About time-traveling-Stuff. Stuff. Ich wünsche, Julia könnte mich jetzt sehen. Being all-adventurous und stuff. So, was passiert hier? Wow. It all starts back at the office. I really shouldn't be messing around with this dating site during work hours. And who am I kidding anyway? Julia was the one. Sounds like lunch hour has arrived. Let's try and find something to eat. Und da sind wir schon ein Point-and-Click. Ich bin einfach ein großer Fan von Point-and-Click-Adventures. Bin einfach. Also da kriegst du mich schon, das ist dann. Da kriegst du mich schon gut mit. Keyboards. Hold space to see hotspots. Inventory drag and drop to use on hotspots. Drag and drop to combine items. Ja, Point-and-Click. Basic Point-and-Click. Man kennt die Leertaste, zeigt die Spots, an die man gucken kann. Anklicken. Ich weiß, wie ein Pen-Paper. Quatsch. Pen-Paper weiß auch, wie das funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte. habe ich mich versprochen. Ein lustiger Versprecher. Sehr toll. Ich weiß, wie ein Point-and-Click funktioniert auch mit P an. Wie ein Point-and-Click funktioniert, habe ich genügend von gespielt. Ich habe mal Fotos, das können wir mal angucken oder anfassen. Julia, der Liebe meiner Leben. Ich frage mich, ob sie mich gerade jetzt über mich denkt. Ein anderer Teil der Stadt. Okay, es ist Zeit, dass ich ein Profil auf dateandmate.com beklebe. Ich freue mich wirklich wieder auf Dating. Ja, ich wüsste, sie ist. Ah ja. Und dann fassen wir es natürlich auch noch an. Nein, ich vermisse sie so schlecht, dass ich es gar nicht so gut bringen kann, um sie zu sehen. Grundlegendste Regel in Point-and-Click-Adventures. Aber das muss erst mal angeguckt und angefasst werden. Nein, das ist nur ein altes Diktario, das ich weggebracht habe. Ich versuchte, etwas Poetrie über Julia zu schreiben. Aber nachdem ich die Früchte von meinem Arbeit habe ich es entschieden, zu spüren. Wenn es geht, kann man es auch noch benutzen, damit sprechen und kombinieren mit anderen Sachen. Ja, ich habe gerade ein Profil auf dateandmate.com Ich habe es nicht sehr weit gemacht, aber keine Profilbilder oder Text. Hier zum Beispiel benutzen. Ich brauche wirklich etwas zu essen, bevor ich die Energie umsetzen kann, um dieses Profil zu Ende zu haben. Ah ja. Es schreibt, put up the to-do board. Okay. Das sind die to-do Sachen und dann ist to-do sind die to-do Sachen, das wir erledigt haben bei denen das to-do board. Okay. Ein adventure-game, basiert nur auf Text. Primitiv, aber ich mag es. Ein adventure-game, basiert nur auf Text. Eins gespielt. Was ist das? Ich setze immer diese in den falschen Weg. Oder wenn es die neue Art ist, kann ich nie einen Adapter finden. Es schreibt, diese Sache ist mit einigen verrückten Virus. Nicht zu touchen. Ah ja. Und was ist das? Die Kamera hat nicht irgendjemand reinschieben können. Ein Linux-Computer, Du brauchst einen langen Beard mit Sachen, die in der Nähe zu leben, um es zu verstehen, zu verstehen, diese. Vielleicht ein paar Mal. Ja. Was ist das? Exakt. Restaurant. Let's just see if there's something in the kitchen. Those are some nifty looking Parallaxes out there. Yeah so I admit feeling a bit down over this whole Julia business. Suicide might be a bit drastic though. Let's play a bit with the microwave. You know this fridge is the perfect metaphor for how I feel inside. And removing the lemon would suggest that I'm no longer bitter about what happened. If anything I should be adding more lemons. You know this and remove if anything. Okay, nothing in the refrigerator. We have more butter. With all these buttery smooth animations around, I don't really need it. We can make butter with citrus. A frozen cookie. Well, I don't know. No metal in micro. What's the worst thing that could happen? Uh. Looks like a frozen cheese and I think the bottom is made out of tinfoil. It's too cold to eat. Hm. Why that's a bit odd. Aha. Oha. Z-Portal. In hindsight, maybe I should have removed the tinfoil bottom on that pie. Das passiert also. Well, I'd say it's some kind of portal thingy. Meanwhile. 40.000 Geos. Earlier. Okay. Let's go to Julia. Hi. I'm Julia, and I'm not really playable until later in the game. If the Kickstarter campaign ever gets funded, that is. But feel free to look around. I got the cats. Oh, that's oligarch. Isn't he the cutest cat you've ever seen? Of course, Justin had to be allergic to him. They call it a change jar, but it always looks the same to me. Liqueur. Best band ever. Mhm. I can't leave. Got to study. Pineapple computers. Totally worth the extra cash. Pineapple computers, yeah. Not bad. Yes, I will get back to studying. Geez. By, uh... Can't I not use the other eight cards, you can't imagine? I don't think I'm someone who seems powerful and there's... What? You're gonna guilt trip me for having a glass of wine every now and then? Do I keep the head of the most feared bounty hunter of the galaxy in my closet? Nah, just a backpack. I've already got my favourite Raymond's t-shirt on. Some things you just can't improve on. The reason that it's so dark in here is because painting well lit places requires more detailed graphics. Which requires more cash. But I kinda like it like this. Wow, those are strange looking. I bet they're poisonous. I can't reach them. Of course. Now I'm an astute guy and I say there's someone in there. Ah, yeah. Let's talk about them in there. Ah, excuse me? Go, go! Yes, you wouldn't happen to speak English by any chance. Go, go! Go! Yes, well we're back to that. Maybe there's some way I could lure whoever is in there out. Come out and face Justin Wack, portal traveler and mystery unraveler. Come out and face Justin Wack. Go, go! Er must know what we are trying to do with the gum nothing. Yes, well we're back to that. Maybe there's some way there's some way there's some way there that's going on. Gum nasty! A bit of glue. Anyway, whoever you are, have a piece of gum. Sehr schön. Oha. Was der... War das ein Kaffee, Mann? Und jetzt, wie soll ich nach Hause kommen? Gee, I wonder what else could go wrong today. Ah, nice. One-awarly, Tom. You just sit tight, time-traveler. As soon as I've powered up the interrogation device, we'll have a little chat, you and I. About time-traveling-staff. Ich mach's wieder staff. Oh, by the way, looks like there's a new player you can switch to. Okay. Habe ich schon bemerkt. Wechseln's cute. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Nimm die Butter. Okay, nimmt er nicht. Oh, go, go, go. Ah, ja. Oga. Oga, oh. Oga, oh. Welcome to ConvoLift 200 from the company that brings you not only elevation, but also uplifting conversation. Please state which floor you would like to go to. Go, 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 go. Voice commands need to be specified in English, please. Hmm. Welcome to ConvoLift 200 from the company. Oga, 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 oga. Oga, oga, oga. Voice commands need to be specified in English, please. Tja. Welcome to ConvoLift 400 from the company. Okay Ich habe das Lexicon mitgenommen und den Müll Vielleicht können wir das Ding abschmeißen Pixels Pixels Ist eine gute Idee, aber sie würden einfach ausfallen Was? Ähm Ich habe jetzt in Englisch gehört Es ist eine interessante Idee, aber die Gumm über die Kamera, vielleicht können wir etwas kombinieren Ah, okay Ah, ja Sticky Pixels Ich will gar nicht Ah, ja Sehr schön Eureka Ich denke, ich habe das Englische Ding jetzt Ich liebe diesen neuen Welt, aber ich würde gerne aus diesem Englischen Ding Fantastisch Fantastisch Eureka 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 und Metallic. Heavy and Metallic? Ich bin nicht sicher, dass ich das Geräusch mag. Oha! Das ist einfach, wenn ich an das. Okay, also dieser Caveman sollte hier irgendwo sein. Ich werde es nur schrauben und schrauben, bis er zeigt. In welchem Punkt wird es wirklich schmuck. Und schrauben. Dark? Twisted? Crikey. Um... No metal in micro. Pfft, people have no sense of adventure. Those things are sour. Caveman hates sour. We can see if we can find a way from here. I would get all greasy. I'm a civilized caveman now. Yes, I heard suicide is a thing these days. But where I'm from, survival is where it's at. The parallaxes are looking great today. Okay. Okay. Moment, ich will jetzt mit dem Diktionario eine rüberhauen. Okay. Interesting idea. But alas, it doesn't work. Interesting idea, but... Interesting idea... I wish he wouldn't move his eyes like that. Freaks me out. Looks very pixelated. I'm not going any closer as long as that fellow is standing there. Hmm. I'm not... The things look fuzz and they're all sticky. Okay, we can do the next one. Oh, that's oligarch. Isn't he the cutest cat you've ever seen? Of course, Justin had to be allergic to him. Okay, we can do the next one. It's actually carrying the keys in its mouth. What a tease. I can't reach the little fella. Gumnastic. I'm not vielleicht. It doesn't seem to be interested in food. Let's try something else. Let's try something else. Hmm. Fish can work. Yuck. An oily can of sardines. What? It's going to help me. It doesn't seem to be interested in food. Okay. I would need something to help me reach it. Nah. I don't know. He's a big fella, isn't he? Uh, hello there. Caught any butterflies lately? I don't think he's the talkative type. I can't reach the little fella. So close. I don't think they go together. I don't really. I don't really see. Let's not combine. I don't really. Nah. That doesn't seem to work. Nice. That doesn't seem to work. Let's try something else. Let's try something else. Nah. I hate sardines. There's no way I'm opening this can. Let's try something else. Let's try something else. Oops. I guess he didn't know he had to open the can first. So. The battery's gone dead. I could sure use a charger. I sure hope he's gonna be okay. Looks like he dropped something. This thing's got read. Okay. Maybe we can go there. Now we have a phone. You've reached the robotic call service hotline. The one stop shop for all your robotic needs. How can I help you today? Hi there. I'm a robot too. I don't have to hear it sir. I'd like to report the faulty unit please. I see. Could you tell me the serial number of the faulty unit please? Oops. Don't have one. I'd like to send out a general distress message to all agents. So what's up? Caveman spotted causing havoc downtown. You see. Let me send that out for you right now. Okay. Okay. Incoming message. Oh. If you already escape. According to my calculation, she should still be here. No. My proverbial gut tells me to stay put. Okay. That's not helpful. Welcome to the robotic call service hotline. How can I help? I'd like to send out a general distress message to all agents. So what's up? New episode of Agent Ruthless now available for streaming. Choose Z. Let me send that out for you right now. Let me send that out for you right now. Incoming message. Agent Ruthless. Tempting. Tempting. But not as tempting as laying my hands on the caveman. I don't know. I don't know. Welcome to the robotic call service. I'd like to send out what. Kickstarter for new point-and-click adventure game announced. Oha! Das ist echt nicht schlecht. Und schon ist es abgeleckt. Hurra! Und wir gehen runter. Okay. Okay. Der Platz wurde noch nicht weit genug entwickelt. Es muss noch entwickelt werden. Ah, okay. Das ist alles noch nicht möglich in der Demo. Das ist alles hinter der Wand, ehrlich gesagt. Ein Kickstarter könnte das aber auch fixieren. Okay. Jetzt geht's ins Weißer. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Leute wollen. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Leute wollen. Weil dieser Raum ist ziemlich großartig wie es ist. Hey. Okay. Jetzt hab ich ziemlich gut gedacht. Ziemlich weiß ich, oh. Okay. Okay. Wir gehen da hoch. Okay. Interessante Idee, aber es funktioniert nicht. Interessante Idee, aber es funktioniert nicht. Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht so. Interessante Idee, aber es funktioniert nicht. Ich glaube nicht so. Wir versuchen etwas anderes, können wir? Interessante Idee. Wir versuchen etwas anderes. Einige Klappen wären schön, aber nicht in der... Ich wüsste, dass es nichts hinter dem Kicks gibt. Tja, also... Wir gehen jetzt wieder rein, aber ich weiß nicht, ob wir da wirklich rein wollen. Wir gehen jetzt vor. Wir gehen jetzt hin. Oh wow. Sie seien nicht sehr gut, sie seien nicht, sie seien nicht, sie seien nicht ... Ich schaue die Knot, ich sah dieses wirklich schade-looking Roboter, der nur Buch ... Interessante Idee, aber es funktioniert nicht ... Interessante Idee ... Lass uns etwas probieren ... Ich glaube nicht ... Ich schaue den Streamen ... Ah, hier geht's. Missed. Uh, ja. Let's try something else. Nah. I can't get it open with that. I can't get it. I can't get it. So. I can't get it open. I can't get it. I sure hope he's going to be open. The robot called it an interrogation device. Oh ja. If this thing ever gets fully powered up, I might just try it out on myself. Perhaps there are some insights to be gained. That, that's a scary looking robot. Entschuldigung, Mr. Robot, Sir. Ich bin Justin. Was ist dein Name? Oh, du kannst mich denken. Als dein Executioner. Ay Karamba. Ay Karamba ist es richtig. Ist es noch etwas anderes, du würdest du jetzt machen? Well, ich würde gerne nach Hause gucken, ein Episode von Agent Ruthless. Oh, ja. Vorher ist es ja schon. Ah, okay. Jetzt ist es ausprobiert. Hier können wir noch nichts machen. Ich kann nicht gehen, ich habe zu studieren. Ich würde lieber nicht... Ich kann auch nicht weiter. Ich habe eine Schlage oder etwas. Ich hoffe, dass er gut ist. Ich hoffe, dass er gut ist. So. Die Batterie ist weg. Ich kann sicher... Ich kann sicher, dass er gut ist. Welcome to the robotic call service hotline. How can I help? I'd like to... I see. Could you tell... Ah. QP42. Hm. Let me check. Yes. We do have that unit on file. Please hold while I take this unit out of circulation. Quiet in there. Huh? Incoming transmission. Activate self-destruct sequence. Sehr schön. Yep. He's out of circulation, all right. Better not overuse this thing, or they might be able to trace them. Oh, there's a pin on it. Those snakes coming... Come on. Ja, we're good. Freedom. Now, let's get out of this place. Yes, man, it'll be fine. I can see how that would be the right thing to do, but I kind of feel safer with that guy behind bars. Aha. Doesn't look quite a shot with that one, pin. I don't think they... Nah. I sure hope he's going to be okay. Looks like a crashed spaceship. I think there's someone in there. I bet I'll be able to open it sooner or later, but maybe not in the demo. Mm-hmm. That doesn't seem to work. I don't know. Ich kann mir jetzt eine Tasse mitnehmen. Kein Kaffee für die Tasse? Eine Wasser-Tasse. Pouring some water on it might just short-circuit this thing. Cool, it started to pedal the charger again. It's charging! It's already charging! The robot called it an interrogation device. If this thing ever gets fully powered up, I might just try it out on myself. Perhaps there are some insights to be gained. Sure looks cleaner than the drinking water I'm used to. Looks like an accurate depiction of me falling for Julia. Sure looks clean. Somehow it makes me think of Photoshop. Ah, yeah. Hmm. Hmm. To operate these controls, they need to be paired with a chew-tooth device. The comm device doesn't seem to be chew-tooth compatible. Uh-huh. I would need to ch- Let's try something- Let's try something- Let's try something- I would need to charge my phone first. I think the battery died when I walked through the portal. I think the battery died when I walked through the portal. Let's try something else. Nah. Nah. The comm device doesn't seem to be chew-tooth compatible. Yeah. Somehow it makes- Somehow it makes- Somehow it makes- Those snakes- Let's try something else. Let's try some- Yeah. Let's try some- Let's try some- If this thing ever gets fully powered up, I might just try it out on myself. Perhaps there are some insights to be gained. Nah. Hmm. Let's try some- Let's try some- Let's try some- Let's try some- Better not open- Nah. Ah. Oh. Let's try some momentum apart. It's already short- It's already short-circuited. Oh. Let's try some- Let's try some- That's probably all that's left of MT36. Hmm. Okay. Maybe we can- Better not over- I don't really see them together. My phone is now charged. Aha. Ah. Ich kann jetzt mit dem geladenen hier. Ich kann tollen bedienen. Sehr schön. In einer anderen Part auf die Tau. Naah. Probierlich nichts. Ah ja. In einer anderen Part. Danke für die Demo. Oh ja. Peace. Ja. Na dann. Danke fürs Zuschauen. Ich glaube ich nach oben sollte es sich gefallen haben. Mir hat es gefallen. Es ist echt. Teenie über das Spiel. Ich bin gespannt auf die Vollversion. Kann man sich vielleicht mal geben. Welche auf jeden Fall Wischlisten mal. Im Hinterkopf behalten. Vielleicht kann man es irgendwo mal im Steam als Let's Play spielen. Scheint ein echt cooles Point & Blick zu sein. Ich freue mich. Joa. Fall nicht gut. Durch nach oben. Dafür. Auf Twitch vorbei schauen. Abo dann lassen. Glocke aktivieren. Kommentare schreiben. Du wisst Bescheid. Und Wischlisten. Demo selber spielen. Hau drinnen. Tschau. Tschau. Glocke. Shit. ửing Untertitelung des ZDF, 2020